So, herzlich willkommen zurück bei dem Gewinnspiel zu Far Cry 3. Heute geht es einmal die Auflösung zu dem Gesamten. Ich habe hier einmal sämtliche Namen kopiert und in eine zufällige Suchmaschine hineingetan. Es waren leider bis jetzt nur vier Teilnehmer, was natürlich für jeden die Chance erhöht hat. Iron Mahamp habe ich jetzt rausgenommen, weil das ein sinnloser Kommentar war. Und dann habe ich zufällig ermitteln gedrückt und was kam raus? Sinan Kocaman oder Korkaman, keine Ahnung. Und dieser hat gewonnen. Ja, er hat mir auch direkt hier seinen Steam-Namen geschrieben, der OnlyKK. Und da gab es dann das erste Problem bei Steam. Ich habe diesen Namen nicht gefunden. Das habe ich jetzt mal ein bisschen übersprungen. Irgendwann habe ich dann den richtigen geedit. Er hat mich angeschrieben, das habe ich ein bisschen verplant. Das wohl, weil ich, keine Ahnung, habe ich irgendwie nicht mitbekommen, was er mir angeschrieben hat. Und ja, das Geschenk schicke ich ihm dann jetzt direkt einmal. Ähm, ja, ich bin natürlich mal wieder zu dumm, bei Steam zu finden, wo das nochmal geht. Aber das war, glaube ich, im Inventar. Ja. Und, ja, da haben wir Far Cry 3 und ein paar, äh, Dead Island Epidemic Keys. Ja, Epidemic weiß ich selber nicht genau, was das ist. Dead Island 2 ist auf jeden Fall übelst heftig. Er soll übelst heftig werden. Ähm, ich fand den ersten Teil schon extrem geil. Aber davon jetzt mal abgesehen. Äh, hier, The Only Cake, The Only KK. Und dem schicken wir das Ganze mal. Ähm, ich nehme das Ganze mit dem Handy zusätzlich nochmal auf. Deswegen mache ich jetzt ein paar Schnitte. Ähm, weil ich das Ganze doppelt mache, wie ihr jetzt seht. Ja, dann sehen wir uns gleich. So, da bin ich wieder. Ähm, das Ganze habe ich jetzt gemacht mit dem Handy, damit ich, ja, sollte diese Aufnahme verkacken. Wenn ich einen Beweis habe, dass ich das überhaupt abgeschickt habe. Hier, ja, schreibe ich mal eine kleine, na, eine kleine Nachricht dazu. Und, ja, ich halte jetzt nebenbei die ganze Zeit das Handy nochmal drauf. Es ist ein bisschen schwer, jetzt einhändig zu schreiben. Und dann immer zur Maus rüber zu greifen. Signatur brauche ich, weiß nicht. Keine Ahnung, brauche ich eine Signatur? So. Egal. Ich meine, ich habe weiter. Jo, ich brauche eine Signatur. Geil. Das heißt, nochmal schreiben. Gaming. Ach, scheiße, große und kleine Schreibung. Ähm, ja. Dann viel Spaß mit diesem Spiel, Sinan. Und wir sehen uns dann hoffentlich bei dem Far Cry 4 Gewinnspiel. Bei dem nächsten. Äh, ja. Hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns. Haut rein. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Vielen Dank.